Sie flüchteten, ohne sich um die zwei schwer verletzten Frauen zu kümmern. Zu der Karambolage kam es in der Nacht zu Samstag auf der Lösenbacher Landstraße. Eine 56-jährige Frau wollte gegen 23.15 Uhr mit ihrem auf dem Seitenstreifen in Fahrtrichtung Lüdenscheid geparkten Skoda wenden, um in Richtung Brügge zu fahren. Beim Queren der Fahrbahn Richtung Lüdenscheid kollidierte ein Mercedes mit dem Skoda Kombi, indem er in die Fahrerseite prallte. Ob der Fahrer des Mercedes zu schnell fuhr oder die Fahrerin der Skoda den herannahenden Wagen übersah, konnte die Polizei vor Ort noch nicht sagen. Die beiden Frauen, die in dem Skoda saßen, verletzten sich bei dem Unfall so schwer, dass sie keine Angabe machen konnten. Die Fahrerin und ihre 34-jährige Beifahrerin mussten ins Klinikum Hellersen gebracht werden. Obwohl der Mercedes komplett demoliert wurde, flüchteten Fahrer und Beifahrer scheinbar unverletzt. Augenzeugen berichteten vor Ort, dass zwei Männer in Jogginghosen aus der weißen C-Klasse sprangen und wegrannten. Die Polizei leitete eine Fahndung ein, die bisher erfolglos blieb.